Hey Mama Mama, Hey Mama Mama Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91 Leute heute sind die letzten 8 Booster dran, ich würde sagen wir reden nicht lang drum rum Wir kennen die meisten Karten schon, wir sind jetzt noch auf das Ende gespannt, was für Karten wir ziehen Und deswegen würde ich sagen, los geht's einfach Leute So Leute, dann reden wir nicht lang drum rum Jetzt fangen wir einfach mal an, ich habe die 8 Booster schon mal rausgestellt Gucken wir mal was wir heute ziehen So, wir fangen an mit Super Saiyan Son Goku Mira Baby Geile Karte Transmission von Son Goku Topoti Dende und Popo Vegeta Minuta Minutia Son Goten Videl Und wir haben eine Holo direkt Oh Intensivity Power Trunks Oh, eine geile Holo würde ich schon mal sagen Sieht echt richtig, richtig nice aus Leute Was haben wir dahinter Leute Wir haben Und eine Rare Awaken Karte von Lord's Dark Nice So sieht's hier so Noch nicht erwacht aus Und so sieht die erwachte Form aus Ich glaube die hatten wir schon Naja Die Katon tue ich mal kurz weg So So Jetzt da auch noch mal was anderes rum So sieht's besser aus So sieht's besser aus Hier Rina Geile Karte von Vegeta Hier Dran Son Goku Corona Sehr, sehr geile Szene Sehr, sehr geile Karte Mr. Ho Demigra Son Gohan Und wir haben schon wieder eine Holo Leute Gravy In Demigras Trawl Nice Eine sehr dunkle Karte Was haben wir dahinter Leute Dahinter kommt Nail Oh geil Namekianer wieder Nail Namekian Ace Nice Wieder eine Rare So Weiter geht's So Maman Fui So Kenia Kenia Tova Donik Namek Son Gohan Angela Son Gohan Tova Karot Oh Die geht noch nicht Heinz Joyce Joyce Geile Karte Sieht nicht schlecht aus Oh Oh Neodor Leute Wir haben einfach die Mira Awaken Karte als Holo gezogen Ey Die sieht richtig krank aus Alter Die sieht wirklich richtig krank aus Was ist Schluss 3 Booster 3 Holos Alter Ich kann's nicht mal umtrennen Weil ich bin doch gespannt Was dahinter ist Dahinter haben wir Suggestor of Hope Eine Rare Von Bartok Sieht aber auch richtig nice aus Geile Film Szenen rausgezucht Und Richtig geile Karte Leute Und davor noch die Mira Ah hinten sieht sie so normal aus Als Awaken Karte Alter Richtig nice Leute Richtig richtig nice Zwar haben wir bis jetzt nur 3 Rare Aber Mit 2 Holos Kann man damit Bisschen leben So Wieder schlecht geöffnet Ruster Nummer 4 Leute So Leggeta Hier eine Rare Karte von Piccolo Richtig nice Pan Power Barrier Piccolo Piccolo Von Gohan I'm Creator Sneak Attack Vegeta Putin Wieder die nice Karte Holma Ist das schon best Ne So Son Goku Jetzt kommt die letzte Leute Und Wir haben Babys Awaken Karte Hatten wir die schon? Nein Die hatten wir noch nicht Nice Leute Oh Die sieht aber echt mal schlecht aus Richtig brutal Zum Rare Erfen wird Aber ich glaube die hatten wir Wenn ich mich nicht ganz irre So Emo 4 Rare Leute Also ans erste Video kommen wir nicht an Das war einfach zu krass Ich weiß wie das da los ging Aber wer weiß Wir sind ja noch nicht am Ende So Zum Beispiel Son Goku So Special Beam Cannon Death Ball Gula Schwanz Tova Son Gohan Chilison Ran Vegeta Und Dann haben wir noch Minutia Und die letzte Karte ist Eine Super Rare Temporal Darkness Die Mikra Boah 30.000 Angriff Auch eine sehr dunkel gestaltete Karte Leute Sieht richtig richtig nice aus Wirklich Richtig kranke Karte Nice Eine Super Rare Drei Booster haben wir noch Leute So Son Gohan Neo von Power Ja A waiting Karte von Son Goku Und Baby Super Saiyan 3 Baby Son Gohan Und die Legendary Flöter Namajab Box King Mr. Boo Tamborin Son Gohan Nice Nice Szene Was kommt als letztes Leute Wir haben Wieder eine Super Rare Karmis Power Piccolo Oh Wir haben eine Super Rare Karte Und die sieht richtig krank aus mit den Attacken Richtig krank Hier ist sogar nochmal sein Arm abgebildet Richtig richtig nice Super Karte Seht echt geil aus Nice Zwei Super Rare am Stück Davor drei Holos noch dazu So eine Runde die kann sich ein bisschen sehen lassen So Vielleicht kommt ja noch etwas over the top Samuel Oh Schüsse Hildegang Defense Nice Baby Vegeta Franz Ganz bisschen Demikra Son Gohan Kimball Und die letzte Karte ist Schon wieder eine Super Rare Leute Drei am Stück Das gibt's nicht Ähm Hide of Mastery Song Goku Als er Wie Ähm Wie heißt es jetzt jetzt Habe ich gerade einen Zungenbrecher Ultra Instinct Gemeistert hatte Im Kampf gegen Jiren Alter Leute 35.000 Angriff Eine Super Rare Die Karte sieht krank aus Alter Alter Die sieht echt nice aus Das war eh Ein legendärer Ein legendärer Kampf gegen Jiren Den ich übrigens auch sehr gerne zielen würde Ein letztes Booster von der Reihe Leute Danach ist es auch schon zu Ende Und wieder 24 Booster geöffnet Und jetzt So Mal gucken was wir noch ziehen Iron Man Iron Man Holo wieder Holo Hola Hroi 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 Hran Hroi 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 Yep mit auf diese Reihe und wir erwarten die nächsten Videos und in den nächsten Folgen bis dahin, Peace Leute Ciao